Freunde, was geht ab? Willkommen zu einer neuen krassen Fortnite Challenge, denn ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, das Winterfest 2023 ist in Fortnite gestartet und damit gibt es auch wieder neue Gegenstände, genauer gesagt eine neue Geschenkkiste und wir werden heute mal versuchen, nur mit diesen Geschenken die Runde zu gewinnen. Falls ihr mich kostenlos unterstützen wollt, dann tragt gerne meinen Creator-Code Wannabe im Itemshop ein. Danke auf jeden Fall an jeden, der es macht. Oh mein Gott, wir fliegen direkt drüber, es ist so geil. Guckt euch diese Route an, das ist ja Big Baba Bubu geil. Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer Winterfestaufgabe, zu einer Challenge heute. Wir sind mal wieder mit den Teenage-Spielten Ninja Turtles unterwegs und wir fliegen jetzt zum Weihnachtsmann hier. Es ist wunderschön einfach, denn ich glaube, das hier könnte mitunter eine der wenigen Locations sein, wo man diese Kiste überhaupt findet. Vorne ist auf jeden Fall schon mal so eine Kiste. Ursprünglich waren da nur Schockwellengranaten drin, aber jetzt könnt ihr richtig geilen Loot da drin finden. Was steht denn da drauf? Von Agent Jones, ja, gucken wir mal rein. Was hast du mir gegeben, Agent Jones? Ach, die ist gar nicht so übel, wenn wir die nachher noch upgraden können, dann könnte die wirklich biestig werden. Was haben wir denn hier sonst noch? Ist ja gar nichts drin, Mann. Stellt euch mal vor, ihr kriegt einfach Geschenke oder ist nichts drin? Das wäre ja voll assi. Oh, das nächste Geschenk. Von wem ist das? Auch von Agent Jones. Ey, willst du mich reinlegen, Agent Jones, oder was? Das ist doch dieselbe, Mann. Hä? Egal, die eine ist schon mal besser als die andere. Ist hier irgendeiner mit runtergekommen? Sieht nicht so aus, ne? Übrigens normale Kisten und so werden wir nicht benutzen. Wir werden die zwei öffnen, aber nur wegen Heilung. Das heißt, wenn da Waffen drin sind, wie die Pistole hier, die müssen wir wegwerfen. Was ist das denn hier? Wer beschmutzt denn den Weihnachtsmann? Wer macht denn sowas? Ich glaube, ich drehe hier durch, Mann. Es ist einfach kurz vor Weihnachten. Und irgendeiner beschmutzt die Bilder vom Weihnachtsmann. Wer war das? Los, schreib es in die Kommentare rein, wie du das gewesen bist. Oh, da ist noch so eine Kiste. Let's go. Komm schon. Sagen wir das Sniper, bitte. Ey, ist schon wieder diese Waffe. Ne, ist die Pumpgun. Oh mein Gott. Für eine Sekunde gedacht, es wäre dreimal dieselbe. Ich glaube, ich wäre irre geworden. Aber das ist voll geil. In jeder dieser Kisten ist einfach nur etwas Niedernis drin. Hier arbeitet der Weihnachtsmann. Beziehungsweise hier hat er gearbeitet. Denn jetzt ist er arbeitslos. Tut mir wirklich leid. Ich übernehme den Schuppen jetzt. Wenn ihr Weihnachtsgeschenke haben wollt, dann schreibt in die Kommentare, was ihr wollt. Ich werde es euch dann garantiert nicht vorbeibringen. Das Gute ist, wir können nachher noch weitere Kisten aufmachen. Weil ein 100%iger Drop müsste auf jeden Fall auf der Weihnachtsinsel noch sein. Also dieser Insel, die in der Luft schwebt. Da werden wir jetzt gleich auch nochmal vorbeischauen. Kann auch noch ein bisschen dauern. Was gut ist, wir sind derzeit auch nicht in der Zone drin. Die hätten das schon ein bisschen höher machen können, oder? Ich will jetzt noch ein paar Gegner killen. Also ist gar nicht so übel. Wir haben drei lila Waffen. Und lila Waffen sind sowieso gut. Wir spielen die eine einfach als AR hier. Kann das so machen, oder nicht? Ich weiß, dass viele Leute die Kommentare immer wieder geschrieben haben. Wannabe spielen damit öfter. Und deswegen machen wir das jetzt auch. Hey Kumpel. Feierst du auf Weihnachten? Sieht irgendwie nicht so aus. Das ist so krass. Jetzt, wo ich 5000 Gold die ganze Zeit habe. Ich gebe das gar nicht aus. Wofür denn? Hä? Ich habe keinen Plan, was zu dir machen. Was schießt du da? Was soll das werden? Boah, die Waffe geht richtig ab. Gefällt mir. Wir könnten den Boss ausschalten und dann unsere Waffen upgraden. Aber habe ich da Lust drauf? Ich glaube irgendwie nicht. Hat jemand einen Ninja Turtle gerufen? Dann bist du hier genau auf der richtigen Stelle. Okay, das habe ich irgendwie ein bisschen vermasselt. Oh, der hat einen Gegenstand dabei, den ich richtig geil finde. Wir verschwinden jetzt von hier. Kommt man eigentlich immer an derselben Stelle raus, ne? Das ist auch von den Teenage Mutant Ninja Turtles. Da steht auch Pizza drauf. Aber es gibt derzeit keine Pizza. Komm, wir jagen noch jemanden. Für den besseren Loot. Ey, das passt ja unnormal gut. Lol, wir müssen einfach die Weihnachtsbanade killen. Der rasende Roland kommt jetzt. Du solltest besser ein bisschen aufpassen. Oh Gott, wo ist denn der jetzt? Ich sage nicht, du machst einen auf Hobby los da unten. Manche, die chillen einfach wie Obdachlose unter der Brücke. Ich stehe das einfach nicht. Das muss doch nicht sein. Okay, das sind die beiden Jungs, glaube ich. Warum ist der dir so dunkel? Egal, den einen fahre ich jetzt voll Müller an. Wartet ab. Das kommt mit Liebe. Weg mit dir. Oh, oh. Oh mein Gott. Der Wagen hat mich selber weggehauen. Das ist gerade überhaupt nicht cool. Was ist das denn bitte? Das ist ja one in a million. So, der erste wird jetzt mal ausgeschaltet. Oh, der hat sehr viel HP. Jetzt gibt es eine Pumpgun. Tschüss. Was ist mit dir hier vorne? Jetzt gibt es die SMG. Oh, ich weiß nicht. Die ist zwischen Himmel und Hölle, die Waffe irgendwie. Was die für geile Sachen dabei hatten. Man wollte es mir sagen, dass du so viele Fische am Start hattest, ha? Ich glaube, dieser Kampf geht echt weiter zwischen Bananen und Fischen. Jungs, habt ihr das mitbekommen? Oha, der hat mir Platten geballert. Die Autos sind günstiger geworden. Ey, ich werde hier gleich irre, Mann. Die kosten jetzt nur noch 2.500 statt 4.000. Das heißt, ich kriege demnächst V-Wax wieder. Na du? Bist du öfter hier? Das meine ich. Das meine ich. Das meine ich einfach. Ich wollte ihm eine Chance geben. Und die Rache dafür ist, bin ich fast tot einfach. Die Waffen derzeit im Fortnite sind viel zu gut, ey. Boah, ich sag euch. In sieben Tagen und ein bisschen mehr werde ich einfach Lambo fahren. Dann kann mich im Fortnite keiner mehr aufhalten. Was ist mit dir hier los? Was ist der Halk? Die Waffe ist gut. Die Waffe ist sehr gut. Gefällt mir. Mal kurz durchladen. Dann geht's gleich weiter. Ja, komm doch hoch. Recht doch einfach. Ja, es gefällt mir. Können wir vielleicht sogar ein Kombination spielen mit der anderen einfach. Dann haben wir 60 Schuss, glaube ich, ne? Ja. Das ist gefährlich. Richtig gefährlich. Ich schalte jetzt den Boss aus. Hol mir das Medaillon. Was macht der denn da hinten? Er hat auch gedacht, ich seh dich nicht, ne? Du bist nicht unsichtbar, wenn du kriegst. Okay, den haben wir. Ich weiß gar nicht, ob ich das Medaillon spielen darf. Ich glaube, wir nehmen das mal nicht mit. Aber dann kann ich unten in den Tresor rein. Mein Waffen upgraden, das hat mir ja keiner verboten. Dann können wir die halt noch stärker machen. Da hab ich schon Bock drauf. Der Weihnachtsmanet ist auch erlaubt. Wer ist eigentlich stärker, Hulk oder Ninja Turtle? Wahrscheinlich Hulk, ne? Hulk ist schon sehr, sehr stark. Aber wer ist stärker? Alle Ninja Turtle zusammen oder Hulk? Wahrscheinlich immer noch Hulk. Ich check das nicht. Sie hat doch eine AR. Warum schießt sie mit der Pumpgun? Was war das denn? Ey, das ist voll unfair, was du machst. Egal, du bist jetzt eh tot. Wenn ich nachgeladen hab, kannst du in die Lobby gehen. Schwester. So, ich nehm das jetzt nur mit, um mich natürlich zu heilen, Kapi. Ein Spaß. Das ist der Schlüssel für den Tresor unten. Ich glaub, viele wissen das auch nicht. Boah, er ist schon da. Er ist jetzt ganz schlecht, Mann. Wir kommen zum falschen Timing. Soll ich mal kurz ausschalten? Nein, nein, hör auf damit. Ich schwör, diese komischen... Ja, okay, 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 okay. Ihr habt gewonnen. Es tut mir leid, Mann. Das nervt mich langsam ein bisschen. Der ist ein bisschen stark gerade. Das schaffen wir so einfach nicht. Der hilft auch die Kokosnuss nix. Boah, der will ein richtiges Bauduell haben. Schießt noch einer. Die haben es nicht geschafft. Der holt mich weg, der Habibi-Hamut einfach. Lass uns nicht drüber reden. Lass uns nicht drüber reden. So, mal gucken, was Agent Jones diese Runde für uns hat. Sieht irgendwie so aus, als wenn es hier gar keine Geschenke gibt. Hier ist irgendwo einer. Geh doch weg, Alter. Komm schon, Agent Jones. Gib mir irgendwas Geiles. Lecker, Schmecker. Für Schneeballwerferentdecker. Komm jetzt raus, Alter. Bevor ich mich gleich vergesse hier. Da brauchst du auch gar nicht schießen. Er schießt aber auf mich. Oh, oh. Komm, er ist nicht versteckt, Alter. Es gibt hier keinen. Komm. Gott, sein Teammate kommt. Schau ab. Tschüss, wir sehen uns. Wo ist der? Verrat mich doch nicht, Alter. Oh Gott, ich muss hier weg. Wer beklaut denn den Weihnachtsmann? Das war doch meine Aufgabe. Hallo. Ich weiß, ich habe den eingesetzt, aber ist mir doch egal. Lol, killt er sich jetzt selber? Das kommt mit freundlichen Grüßen. Warum schmeißt den Netz weg? Ey, das musste ich machen, Mann. Das war ein goldenes Item. Schneebälle wirft jeder im Winter. Ich glaube, hier ist eine epische Kiste drin. Nein, ein Geschenk. Hört sich aber an wie eine epische. Let's go. Die Waffe, die ich eben auch schon hatte. Cool. Das sind eigentlich dieselben Waffen von eben. Ja, das war's. Das heißt, diese Runde, Freunde, spielen wir einfach nur mit zwei Waffen. Alter, chillt da vorne. Und ich sehe mich nicht. Es sind sogar dieselben Skins wieder. Ah, teilt ihr ein bisschen, ne? Hehe. Hier kommt der Wannabe. Okay, du hast den Heilground. Du bist der Heftigste. Und jetzt kommst du mal ganz schnell wieder runter. Okay, das hat... Oh mein Gott. Okay, wie heftig sind die Gegner hier gerade. Alter. Okay, das gefällt mir gerade überhaupt nicht. Ich will nicht schon wieder sterben. Digger, wie kann der mich treffen, wenn ich die ganze Zeit zubaue? Ich bin sowas von im Eimer. Muss hier abhauen. Keine Chance. Ich wäre... Wer ist er bitte? Junge. Alter, er ist einfach der größte Cracky, den ich je gesehen habe. Hey, Cracky, Mann. Ah, es gibt wieder Geschenke, diese Runde. Bin da mit runtergekommen? Bin gerade gestorben ohne Waffe. Komm, gib was Geiles jetzt. Sniper. Ah, die Pumpkin ist halt auch gut, ne? Ist sogar noch ein Geschenk. Ey, diese Runde geht es, glaube ich, richtig ab. Das ist schon Geschenk Nummer zwei. Man kriegt immer dieselben Sachen. Erzähl mir doch bitte nichts. Ich bin jetzt das dritte Mal hier. Und ich habe schon wieder diese Waffen. Gibt es hier überhaupt Sniper? Ein richtiges Geschenk. Nein, warum finde ich jetzt ein richtiges Geschenk? Wir gucken erst mal nach, was da drin ist. Hoffentlich was Geiles. Ey, die sieht halt wirklich aus wie die Scar, ne? Aber eins zu eins. Das ist doch einfach die Scar, oder nicht? Hört mir jetzt erst auf. Dürft mir leider nicht mitnehmen. War die falsche Kiste. Aber das Gute ist, hier gibt es einen Heilautomat. Da können wir uns auf jeden Fall dran bedienen. Ist auch irgendeiner runtergegangen. Oh, hier sind doch welche. Guckt ihr die an. Ja, heilt euch da erst mal. Das ist doch eine verdammt gute Idee gerade, oder nicht? Jetzt braucht ihr euch doch nicht mehr heilen. Sorry, Jungs. Musstet ihr mal kurz durchgreifen. Eine harte Hand und so zeigen. Die Armen haben hier locker gekämpft. Ihr Leben einfach. Und jetzt sind sie tot. Hallo, Freunde. Was macht ihr denn hier? Meine Waffen sind in der falschen Reihenfolge. Ich hasse das. Oha. Oha. Okay, die geht richtig ab. Gefällt mir. Ich habe, glaube ich, die richtigen Sachen gesetzt. Ich habe da eine Skybase gebaut. Hä? Wer baut denn hier eine Skybase? Geilo. Ich glaube, der hat die abgebrochen. Ja, der lässt ja die Sniper gar nicht los, ne? Du bist ja komplett mit der verankert. Was soll denn das hier werden? Eine Mauer oder was? Box of Goblins? Du bist doch ein Goblin. Ach, Sniper wäre jetzt so geil. Ist die Insel gespawnt? Ey, wie krank. Wir müssen das im Auge behalten mit der Skybase. Insel ist gespawnt. Das ist jetzt gerade wichtiger. Weil da kann ich gleich weitere Geschenke aufmachen. Aber wer weiß. Vielleicht hat der Typ da oben wirklich eine Skybase gebaut. Ich sehe das halt nicht. Okay, Freunde. Insel ist gespawnt. Jetzt geht es richtig rund. Ist auch sehr, sehr tief, die Insel gerade. Ich glaube, hier ist noch keiner. Ich brauche entweder noch eine Sniper oder eine AR. Ich habe nicht mehr die ganze Karte aufgedeckt. Bin aber irgendwie schon Level 150. Da unten ist der nächste Gegner. Junge, ich habe keine Zeit. Ich muss Geschenke öffnen. Der Weihnachtsmann hat mir noch eine Überraschung dagelassen. Hoffe ich zumindest. Ich mache keine Auge jetzt. Ich habe da drauf geschwitzt, Mann. Dass hier irgendwas ist. Lass uns aufmachen. Let's go. Egal. Was kriegen wir jetzt? Eine geilere Pumpgun. Ey, das wird ja immer besser. Falls ihr immer wollt, dass ich nur mit der Sniper spiele in dieser Season. Die ist ja mega overpowered durch die ganzen Attachments. Dann schreibt es gerne in die Kommentare rein. Ich habe schon Bock drauf. Boah, ich liebe schallgelämpfte Waffen so sehr, da. Das ist so geil. Das ist ja einfach wie nie. Wir können sogar schallgelämpfte Pumpguns spielen. Ey, ich bin gerade Feuer und Flamme, Mann. Ey, jetzt sag nicht, da unten ist noch ein Geschenk. Okay, ist meine Kiste. Das wäre es jetzt gewesen. Boah, der hat den wieder hochgeholt. Gangster, was geht. Hier ist der Wannabe. Tod. So gut wie Tod. Der arme Mann. Er holt ihn wieder. Er hat so Hoffnung. Dann kommt einfach einer wie ich und schaltet ihn aus. Hä? Ich glaube, die sind jetzt auf der Insel drauf. Wolltet Geschenke vom Weihnachtsmann haben, hä? Ja. Der ist definitiv auf der Insel. Der hat sie überhaupt nicht gecheckt. Er geht in die Ecke. Der hat sie ja gar nicht gecheckt. Guck dir den an. Was sollte das denn werden, Mann? Nicht rüberspringen? Mach's jetzt einfach. Powerpunga. Chimichanga. Weiß nicht, ob sein Teammate hier noch irgendwo ist. Ah, ich sollte lernen zu finishen. Oder bist du hier oben in der Ecke? Wo ist der Typ? Oh, wie süß. Ich weiß, was ich jetzt mit dir mache. Oh, sein Teammate kommt. Wir müssen ein Ninja werden, um diese Runde zu gewinnen. Ich schwöre, das war saudumm, was ich jetzt gerade gemacht habe. Es war so dumm. Jetzt holt er den doch wieder. Ah, die leben echt beide wieder. Das war doch so dämlich von mir. Was habt ihr denn die ganze Zeit hier getrieben, hä? Ich war doch fünf Sekunden nur weg. Komm doch rein. Ah ja, und ab. Geh mir jetzt deine Sachen her. Reicht mir jetzt hier langsam. Die Zone kommt auch schon. Ich werde hier in der Pfanne verrückt, glaube ich. Hoffentlich habe ich die Waffe nicht richtig ausgetauscht. Er wird die versuchen zu rebooten. Egal, soll er machen. Jetzt ist er auch tot. Was? Dein Ernst? Er ist in der Luft geplatzt, Mann. Der Arme. Aber wir haben noch viel vor uns. Da vorne ist noch einer mit einer mythischen Waffe. Der hat auf jeden Fall ein Medaillon dabei. Was sind das denn für Leute jedes Mal? Er checkt hier überhaupt nichts. Du siehst gar nicht durch. Kann das sein? Du brauchst diese Laserbrille da. Du kannst doch keine Sachen in die Hand drücken. Das kann doch nicht dein Ernst sein, oder? Nee, das war der auch gar nicht. Krieg ich nochmal alles zurück. Wer ist das, glaube ich? Ich habe so keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr. Ey, der spielt sogar auf Switch und holt mich direkt mit dem Kopfschuss weg. Ich dachte, was macht der da? Ey, Leute, wir haben es nicht geschafft. Ich bin nur Dritter geworden. Keine Ahnung. Ich könnte das jetzt noch fünf Stunden machen. Ich würde es auch nicht schaffen. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Macht die Challenge gerne nach. Dann hören wir uns im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal.